Nein, Herbert, das ist nicht dein neues Zimmer. Aber das ist ja voll lustig! Komm raus, das ist ein Kamillmann! Ich glaube, ich hab den Freilandsmann gefunden! Hey Leute, was geht? Und willkommen bei den Außenseitern. Ich bin jetzt voll dreckig! Bevor wir euch eine neue Folge von Ich Bin YouTube vorstellen, wollte ich euch noch ein paar wichtige Informationen mitteilen. Es gab ja eine Weile keine Videos von uns. Der Grund ist, weil wir umgezogen sind. Und jetzt sind wir wieder da. Das, was ihr im Hintergrund seht, ist ein Teil von unserem neuen Zuhause. Bitte versucht, nicht unsere Adresse zu googeln und lasst uns auch ein bisschen Freiraum in unserem Leben. Das wäre sehr nett von euch. Danke! Außerdem wollte ich euch noch einen Tipp geben, der sich für Minecraft-Videos interessiert. Ihr könnt gerne unseren Kumpel Fabian abonnieren. Gumbler Play heißt sein Kanal. Schaut einfach vorbei, wenn euch die Videos gefallen, abonnieren und nichts verpassen. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns schon sehr bald wieder bei neuen Videos. Gumbler! Wo ist mein Fluffy-Film? Es gibt keinen Fluffy-Film. Ich will jetzt zum McDonald's! Ja, da gibt's bestimmt Fluffy-Film. Viel Spaß! Zum Glück stürmt das da aus und hoffentlich geht er darauf. Wir gehen sofort gleich zum McDonald's, Fluffy! Hallo? Ja, Moment bitte. Sag Hallo, Fluffy! Hallo! Ja, Fluffy mag mich! Einen Moment! Wie lange dauert ein Moment bei dir? Ich warte hier schon seit zwei Stunden! Ich will doch nur ein Eis! Nein, was gibt da noch? Cheeseburger! Gib mir Cheeseburger! Das wird ja immer besser! Und ich wollte zu Hause Minecraft spielen! Das gibt's doch gar nicht! Ich warte hier seit Stunden! Ich bin doch auch ein Mensch! Hallo? 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 Hallo, alle zusammen. So, Blattin, ich weiß, ob ich kein Schiffen. Achtung, das, das. Oh, das war ein Blattensack. Das ist auch voll, ja. Hallo, der Herr, kann ich das kaufen? Ja, ein bisschen. Ich bin, ich bin 23, nein, 27 Jahre alt und hatte seit 27 Jahren keinen Sex. Aber das ist für Flasche, das bedeutet, dass ich spuche. Tut mir leid, das kann ich dir leider nicht geben. Und Zigaretten? Auch nicht. Und wenn Flasche das will? Da gibt es noch kleine Spülchen. Und hier, guck mal, zwei Snickers für 21. Das ist voll gemein. Dann würde ich einfach Milch kaufen. Klauen. Wo ist so eine Scheiße? Das ist mein Parkplatz. Hey! Da bin ich! Das ist mein Parkplatz. Ich rufe euch die Polizei. Ich rufe euch die Polizei. Polizei! Ich habe Zigaretten geklaut und der steht auf meinem Parkplatz. Einmal habe ich bei Facebook bei ihr angeschrieben und sie hat mir einfach nicht zurückgeantwortet. So eine dumme Schlampe. Haust du mir eigentlich zu? Hey! Du bist voll fett. So, Flav, jetzt hier in den Park. Das habe ich super gemacht. Jetzt mache ich was. Ich bin so genial. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, das ist eben genial. So, das ist die beiste Tür. Man braucht die nicht mal aufzumachen. Rein, raus. So, so blöd. Eisbombe. Das war nicht so cool. Jetzt komm hoch. Schwimm. Jetzt, oh nein, der stirbt. Jetzt schwimmt nach oben. Schwimmt. Jetzt schwimmt. Hab ich es geschafft? Ich trete nicht mit dir. Passbremse. Also, wir legen jetzt los. Eins. Da brich mich nicht. Zwei. Drei. Brüse. Das heißt, du hast das Spiel durch. Jetzt hast du gewonnen. Was machst du jetzt? Warum kittst du den Bau? Ich brauche doch Holz für dein scheiß Werkzeug, Mann. Das werde ich bei Umweltschutz melden. Du cheaterst hier. Wir lernen. Ich muss noch lernen für Videospiele. Voll bescheuert, Mann. Flasche bündig. Das wird voll ab für dich von Hilfe. Jeder sagt mir, hey Herbert, mach mal Herbert. Und hast du Minecraft gespielt? Ich so, nein. Und Minecraft hast du nicht gespielt? Ich so, nein. Er so, du bist voll blöd. Und jetzt spüre ich das. Jetzt frage ich mich, wer blöd ist. Du Mann, ich kann dir helfen. Warte, ich helfe dir. Warte, du bist voll abormentiert. Ich rate. Das war auch eine Warte appelle die Warte. Warte, du bist todos. Untertitelung des ZDF, 2020